Guten Abend und herzlich Willkommen zum Sternensucher-Podcast. Deine Gute-Nacht-Geschichten für schöne Gedanken zum Abend. Erik und Timo sind vor den Nebeldieben geflüchtet. Doch was ist mit Paul passiert? Hören wir, wie es weitergeht. Ich wünsche dir viel Freude mit Folge 49. Die Prophezeiung Erik sieht in die Augen der Stute, die ihn fast anlächelt wie Mama. Hier kommen die Nebeldiebe nicht rein. Erik sitzt noch immer auf Timos Rücken und zieht hinter sich. Paul, sie haben ihn mitgenommen. Timo dreht den Kopf zur Seite. Die Nebeldiebe werden sich dem Sternensucher in den Weg stellen. So, wie es die Prophezeiung vorher gesagt hat. Das heißt, du wusstest vorher, dass sie Paul entführen? Erik bekommt einen hochroten Kopf. Die alten Schriften beschreiben den Weg des Sternensuchers. Den Weg zur Erlösung von Hukland. Vom Nebel, sodass das Licht des Weihnachtssterns zurückkommt. Erik klatscht mit den Händen auf Timos Rücken. Immer diese Prophezeiung! Bummi hat mir schon davon erzählt und jetzt fängst du auch noch damit an! Timo dreht seinen Kopf wieder nach vorn und trabt durch den Stall zu einer verstaubten Steintafel. Steig ab! Erik verdreht kurz die Augen und klettert dann von Timos Rücken. Ich sehe nichts! Es ist dunkel hier hinten! Erik dreht sich um und wird vom Kerzenlicht geblendet. Um den Hals der Stute baumelt eine Laterne. Jetzt sollte es besser sein! Erik tritt vor die Steintafel. In den Felsen sind Hieroglyphen gehauen. Sie sehen aus, wie die Bilder aus dem Buch über Pyramiden aus, dem Papa immer vorgelesen hat. Kannst du das lesen? Ja! Das ist pferdisch! Die Sprache der Pferde! So! Und ich! Ich kann das nicht lesen! Du musst sie berühren! Erik legt seine Hand auf die Tafel. Plötzlich strahlen die Symbole und tanzen auf dem Stein durcheinander. Jetzt erkennt Erik eine Insel, die aussieht wie die in der Fibel. Auf der Karte ist ein Pfad eingezeichnet, der vom Tal auf den Berg führt und dann wieder zurück in das Tal läuft. Auf dem Pfad erkennt er ein Gesicht mit zwei langen Ohren und einem Schnurrbart. Das ist Hoppe! Erik folgt dem Pfad mit seinem Zeigefinger. An den Bergen hängen dichte Wolken. Der Weg endet am Gipfel und dort ist ein Stern zu sehen und da am Hang eine kleine Figur. Erik geht näher an die Steintafel. Das Männlein am Berg trägt einen Ranzen und hat ein Buch unter dem Arm. Erik sieht zu Timo und der Stute auf. Der sieht aus wie ich! Wie es weitergeht, hörst du in Folge 50. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann danke ich dir, dass du den Sternensucher-Podcast abonnierst und in der nächsten Folge wieder dabei bist. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mietig